Diese Anlage ist besonders wichtig, weil sie viel Winterstrom produziert. Diese Lage hier ist speziell. Wir sind hier oft über dem Nebel, wir haben die Reflexion der Sonne im Schnee und die Panels mögen es möglichst kalt. Das sind hier die besten Bedingungen. Was ist die Anlage der Sonne? Die Sonne ist ein wichtiger Teil in der Power-Mix in der Schweiz. Das ist auch etwas für die AXPA-Gruppe, was wirklich wichtig ist. Wir wollen 1.2 Giga Watt über 2030 entwickeln. Das ist also etwas, das wir wollen in den Mountainen bauen. Wir wollen mehr dieser Pläne bauen, auf die Infrastruktur, die bereits da sind, aber auch auf die ground-mounted Pläne. Die Rede zu Giga Watt über 20.2 Giga Watt über 20.2 Giga Watt beurteils. Das ist ebenso zu gering. Vielen Dank.